Racket Racket Ich habe jetzt gerade erst die 30mm Kanone drin Von daher weiß ich noch nicht so recht damit umzugehen Aber der ist auf jeden Fall down Komm schon Oh Stirb doch endlich Bam So und wie gesagt den zweiten Gut dann äh Oh nein 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 Stoi Stoi Scheiße ich hänge fest Ey ich hänge ja richtig fest Wie kann ich denn Nein er hat es geschafft Oh mein Gott Ja ich mach dann hier mal einen Cut Oder ich spule im Gameplay mal vor Ja 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 Oh mein Gott geschafft Alter Ich hasse es Das ging mir in Battlefield 3 schon immer mega auf den Senkel Dann ist ja in Battlefield 4 noch schlimmer Wie lange ich jetzt da drin hing Toll Runde ist fast vorbei Sowieso nur 100 Tickets auf den Das zu Priority Gedöns Server zu packen Das ist schon Leicht bescheuert Ich kann nicht in der Außenperspektive fliegen ne Also fliegen schon aber nicht schießen Kipp um Also Stürz ab Wunderbar Ja Bimmel mich an Ist doch in Ordnung In dem Modus ist das so lächerlich Wow ey Bremst der einfach In der Luft So ein Jet hat keine Rückleuchten Vorsichtig bitte Aua Ich hasse so Menschen die Wärmesucher verwenden Vorsichtig Kollege Flieg mir bitte nicht rein Ui 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 Aua Also ich muss ja schon sagen Dass die 30mm Kanone schon abgeht ne Also die ist schon Holla die Waldfee Ist schon nicht schlecht So Ich brauche ein Opfer Da Ein Opfer Markieren Geht nicht Okay Oh die Musik setzt schon ein Scheiße Komm schon den Den treffe ich noch Den hole ich noch vom Himmel Bäm So Schaffen wir noch einen Immer zum Beispiel Wir haben seit dem Patch Irgendwie die Jetsteuer Wow Steuerung geändert Habe ich so das Gefühl Der steuert sich nicht mehr Ganz so direkt Und so butterweich Wie viel hält denn der aus Da bitte Aber trotzdem Genauso gut zu steuern Wie in Battlefield 3 Ich finde der Der China Jet hier Der steuert sich so ein bisschen Wie die F-18 Und über die F-35 Brauchen wir nicht zu sprechen Ich hasse sie Bäm Den habe ich doch Finn schon mal getötet Oder? Keine Ahnung Auf jeden Fall haben wir ihn noch runtergeholt Ja ich habe runtergeholt gesagt Ha 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 Ach scheiße der ist schon down Wow Alter Das war knapp Na Kriegen wir den noch? Kriegen wir den noch? So last kill mäßig Scheiße der ist auch schon down Aua Da ist irgendwas in mich reingeflogen So Na ja Kriegste Noch Raketen Am Ende Der Runde Hm Das waren keine Wärmesucher Das waren Aktivradar-Raketen Ja ich weiß Die sind noch Egal Aber ich dachte mir So am Runden Ende Können wir das mal machen Ja Ziel erfüllt Ich bin auf jeden Fall nicht gestorben Ich weiß jetzt gar nicht Wie viele habe ich ihn abgeschossen? Fünf? Keine Ahnung Ja ja Ribbons 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 Ich glaube ich hatte gar keinen Boost an Egal Scheiß drauf Und? Sechs Naja Immerhin Okay Haut da rein Tschö Egal